Text und Zahlen sind wahrscheinlich die Datentypen in Excel, die am häufigsten verwendet werden. Aber es gibt noch einen dritten, relativ häufig verwendeten Datentyp, der vielleicht ein bisschen untergeht. Und das sind Datumswerte. In dieser Excel-Datei, die ich aktuell vor mir habe, sehen wir, dass wir schon drei Monate drinstehen haben. Nämlich Januar, Februar und März. Wenn ich mir das Ganze anschaue und hier einmal im Menüband unter Start zur Formatierung gehe, dann sehe ich allerdings, dass das Ganze noch Standardformat ist. Und an der linksbündigen Ausrichtung merken wir auch direkt, okay, das ist auch als Text formatiert. Nicht irgendwie als Zahl, geschweige denn als Datum. Ich möchte jetzt aber das ganze Dokument ein bisschen ändern. Und zwar dahingehend, dass ich sage, ich möchte hier nicht Januar, Februar und März haben, sondern ich möchte immer auch die Jahreszahlen dazu haben, sodass ich das Ganze vielleicht auch rechts noch weiterführen kann. Wenn ich zum Beispiel mit 2022 durch bin, kann ich mit 2023 weitermachen und so weiter. Dazu mache ich einmal einen Doppelklick in meine Zelle, um den Wert hier zu verändern. Und ich möchte einfach nach Januar, nach einem Leerzeichen, noch 2022 schreiben. Wenn ich das Ganze jetzt mit der Enter-Taste bestätige, dann werden wir sehen, dass zwei Dinge passieren. Also machen wir das Ganze einmal, ich bestätige das mit Enter und sofort fällt auf, dass zwei Dinge passiert sind. Zum einen sehen wir, unser Text ist jetzt hier auch rechts ausgerichtet. Das bedeutet, wir haben offensichtlich keinen Text mehr, sondern irgendeine Art von Zahl. Außerdem wurde das Ganze für uns automatisch abgekürzt, sodass hier nur noch Jan, also die Kurzform von Januar, und 22 steht, also die Kurzform des Jahres 2022. Wenn ich jetzt nach oben in meine Bearbeitungsleiste schaue, wenn ich die Zelle ausgewählt habe, dann sehe ich, hier steht nochmal etwas ganz anderes. Hier steht nämlich 1.1.2022, also ein ausgeschriebenes Datum im Januar 2022. Wenn ich das hier auswähle, in der Bearbeitungsleiste, dann steht das auch in unserer Zelle. Aber sobald wir das Ganze bestätigen mit Enter, sehe ich, wird das hier als Jan, 22 dargestellt. Das liegt daran, dass Excel hier automatisch für uns ein benutzerdefiniertes Zahlenformat angenommen hat. Wir sehen das, wenn ich jetzt die Zelle einmal auswähle und an dem Menüband unter dem Reiter Start zum Abschnitt Zahl gehe. Und hier sehe ich, wenn ich das Dropdown anklicke, hier steht nicht mehr Standard, sondern hier steht Benutzerdefiniert. Wenn ich das Dropdown hier einmal anklicke, dann sehe ich, dass es auch noch zwei weitere Möglichkeiten direkt als Standard für Datums gibt. Zum Beispiel Datum kurz, das wäre das, was wir aktuell in unserer Bearbeitungsleiste stehen haben, also 1.1.2022 und Datum lang, wo das Ganze mit Tag und dem vollständigen Datum eben ausgeschrieben wird. Nichts davon ist aber, wie ich das hier eigentlich darstellen möchte, also Januar 2022. Und wenn ich das, was ich möchte, hier in diesen Vorschlägen nicht finde, auch nicht, wenn ich nach unten scrolle, hier sind noch weitere Dinge, aber eben nicht das, was ich haben möchte, dann kann ich auf weitere Zahlenformate klicken. Sobald ich das mache, bekomme ich ein neues Fenster von Excel, wo verschiedenste Dinge vorgeschlagen werden. Wir sehen, dass wir hier aktuell ein benutzerdefiniertes Format haben und wie das Ganze aussieht. Ich kann jetzt auch hier nochmal zur Kategorie Datum springen, denn das haben wir hier. Und hier haben wir nochmal verschiedenste weitere Möglichkeiten, wie das Ganze dargestellt werden kann. Wenn ich hier durchscrolle, dann sehe ich, dass ich schon Dinge habe, die relativ nah dran sind. Zum Beispiel hier März 12, also als Kurzform, das Jahr noch und der Monat ausgeschrieben. Ich habe ja aber gesagt, ich möchte den Monat und mein Jahr einfach ausgeschrieben haben. Und wenn ich das hier suche, werde ich das nicht finden. Das weiß ich schon. Was ich jetzt also tun muss, ist für mein Datum einen komplett benutzerdefinierten Typ erstellen. Dazu gehe ich hier wieder links zum Abschnitt benutzerdefiniert und hier kann ich jetzt für den Typ einfach etwas eingehen. Ich sehe oben immer direkt ein Beispiel, wie das Ganze dann für die aktuell ausgewählte Zelle aussieht und ich kann mir hier schon mal ein bisschen abschauen, wie das Ganze grob formatiert wird. Ich sehe, dass ich hier verschiedene Platzhalter habe, die ich eintragen kann. Also T für den Tag, M für den Monat und J für das Jahr. Ich sehe hier zum Beispiel, dass zwei T's offensichtlich einfach nur die Kurzform in Zahlen für den Tag geben, zwei M's die Kurzform für den Monat und vier J's das ausgeschriebene Jahr. Ich kann also meine vier J's hier hinten eigentlich schon mal behalten. Oder ich lösche das Ganze komplett und wir fangen von vorne an. Jetzt habe ich gesagt, ich möchte einen ausgeschriebenen Monat haben und ein ausgeschriebenes Jahr. Wenn ich mein Datum überhaupt nicht formatiere, auch noch kurz erwähnt, sehe ich hier oben 44.562. Das wirkt auf den ersten Blick sehr komisch, aber das ist, wie in Excel Datumswerte funktionieren. Denn 44.562, das ist der heutige Tag, an dem ich das Video aufnehme, der 1. August 2022, in Tagen seit dem 1. Januar 1900. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber das ist eben, wie Excel Datumswerte interpretiert und berechnet. Wir haben also eine sehr hohe Zahl, die einfach die Tage seit dem 1. Januar 1900 angibt. So möchte ich das allerdings natürlich nie darstellen, deswegen werde ich immer ein Datumsformat wählen. Wir haben gesagt, wir wollen als erstes den Monat haben. Wir haben auch schon gesehen hier bei der Vorlage, dass der Platzhalter oder das Kürzel für den Monat ein M ist. Ich kann also zunächst einmal hergehen und ich schreibe ein M hier rein. Dann sehe ich 1. Mit einem zweiten M bekomme ich 0,1 für meinen Januar. Ein drittes M gibt mir die abgekürzte Form, so wie wir das aktuell hier drin stehen haben, also Jan. Und wenn ich ein viertes M dazu schreibe, dann habe ich das, was ich eigentlich haben möchte, nämlich ausgeschrieben Januar. Jetzt möchte ich ein Lehrzeichen schreiben und noch meine Jahre. Das hatten wir eigentlich gerade bei dieser Form hier schon gesehen. Ich brauche also vier Js hier. Wir können ja trotzdem mal noch schauen, was passiert. Ich schreibe ein J, das gibt mir 22, genauso wie zwei Js. Aber schon wenn ich mein drittes J hinzufüge, bekomme ich hier 2022 angezeigt. Ich persönlich schreibe immer das vierte J auch dazu, denn so ist das für mich einfach ein bisschen logischer. Ändert auch, wie man hier sehen kann, am Beispiel nichts. So habe ich einfach meine vier Stellen von meinem Jahr mit 2022 und Januar. Und jetzt habe ich das so formatiert, wie ich das haben möchte und kann das dementsprechend in diesem Fenster hier unten mit OK bestätigen. Sobald ich das mache, sehe ich, jetzt wird mir der Monat so hier angezeigt, wie ich das gerne hätte. Januar 2022. Oben in unserer Bearbeitungsleiste steht immer noch der 1.1.2022, also unser Datumswert. Wir können das allerdings über diese benutzerdefinierte Formatierung, über den Reiter Zahl, im Menüband Start, so für uns regeln. Genau dasselbe machen wir jetzt einfach noch für unsere anderen zwei Monate. Ich schreibe also zunächst einmal bei meinem Februar nach einem Doppelklick hier 2022 rein. Wird jetzt keine Überraschung sein, es passiert dasselbe. Das Ganze wird abgekürzt. Auch bei März, fügen wir noch 2022 an, auch hier wird das dementsprechend abgekürzt. Also FEP und MRZ in diesem Fall. Ich kann auch zwei Zellen oder mehr Zellen gleichzeitig formatieren. Dazu muss ich sie nur auswählen, indem ich mit gehaltener Maustaste das Ganze hier rüber ziehe. Und dann gehen wir wieder im Menüband zu Start, zu unserem Abschnitt Zahlen. Und hier möchte ich wieder ein benutzerdefiniertes Format festlegen, indem ich auf weitere Zahlenformate unten klicke. Und dann kann ich das hier einfach wieder eingeben. Wir sagen also 4 M's für unseren Monat und 4 J's für unser Jahr, um den komplett ausgeschriebenen Monat mit dem komplett ausgeschriebenen Jahr zu bekommen. Bestätigen das Ganze mit OK. Und dann wird das beides für uns so ergänzt. Wir haben jetzt hier also Januar 2022 bis März 2022 als Datumsformat und benutzerdefiniert dargestellt.